es ist ja weg oder also braucht vier oder fünf schüsse von dem ja aber wenn es zu einer schaust ob es den hinten drießt das ist ja das ist ja so gut gut Ding. Sehr gut. Ach, gekommen. Hoppla. Jawohl. War jetzt ein Geschützer da, das Ding. Oh, mein Gott. Mine. Ach so, Minen waren das. Ach so, da. Bei 100 ist das Teil. Da kann man gar nicht ganz viel drüber. Oh, mein Gott. Da darfst du kurz ab, der Prophet. Du darfst du prouncen oder wie? Ja. Da darfst du das? Ja. Sehr cool. Ja, nein. Ja, nein. Sechs mit Udo-Klei, oder? Das ist meins. No. Oh. Boah. 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 Ich hab ja vorher schon gehackt, Alter. Ich muss das nochmal hacken. Und Anzug-Upgrade. Jawohl. So. Das ist das Ding da, oder? Ja, dann bin wir in der nächste Zeit wirklich für Anzug abgehetzt. bisher dieses Wochen war zerstören mit 10 4 oder so wahrscheinlich vielleicht ist es dahinten bei den Schaumann nur aufpassen da ist irgendwo der große Dude unterwegs glaube ich, ah da haben wir es mir ist halt normal reichend Flugabwehr deaktiviert, du kannst jetzt landen Alles klar, dann geh jetzt zur Kontrollstation beeil dich, der Lift müsste noch funktionieren über Ja, sehr gut Haben wir das auch erledigt Abzugupgrade auch noch abgesandt dabei Schaut mir ganz gut an Und jetzt auf zu unserem Primärziel Da müssen wir komventionellen Weg nehmen wie so oft zu laufen, gell? Macht das Gerät dann? Der Tod schießt Schönen Schatten gesenkt Schönen Schader-Moteln nicht? Ah Na Krytek engine Ah 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 Sondern nicht die großen Viecher unterwegs. Die Big Booses. Mach das. Bin gespannt was du unten findest, Psycho. Gelegen! Ist er schon tot? Und noch? Skyrim. Wo ist er? Da. Diese Schweinsauger. Jawohl. Dem geht's ja easy. Die treiben wir, oder? Ja, ja. Die ganze Zeit. Ist das wahrscheinlich so ein unzustörbarer Dude? Ja, ja. Gut, kennen wir uns aus. Die Finger davon lassen. Nein. Na? Stimmt eigentlich. Jawohl. Vier Schuss. Was wüsst denn du? Ein Schuss. One shot! Liegt die nur da? Ja. Die schwere Mg. Die schwere Last auf unserer Schultern. Die schwere Mg. Die schwere Last auf unserer Schultern. Ja. Mit der schwere Mg. Hufen aber immer so. Kann auch nicht so schnell wehner. Ja. Aber dafür haben wir auch mächtige... Pixel in der Hand. Geh mal zu dem anderen zuerst. So weiter. Geh mal weiter. Machst du nix? Vielleicht kommst du... Achso, musst du außen runter rum, oder was? Na, hat da oben auch, ey. Punkt sein. Muss aber nicht sein. Muss aber nicht sein. Na. Ich glaube, ich bin wirklich schon so verbaut. Wenn da oben ist. Da wird das scheiß Ding, Alter. Da kommen wir nicht auf, ey. So. So. Muss mal jetzt rumschauen, wo's eigentlich geht. Wo da auf geht. jetzt schon wieder der Streu in den Himmel Ah, schaut's gut aus Kann mir keine Leitern aufgehen, nein, was ist da drauf jetzt? Oh, das kann er, aber Leitern kann er nicht aufgesteigen Schauen wir uns auch nicht da noch aus Ah ja, dann werden wir uns auf eine kleine Rundreise begeben Jo Drecksau Du dreckige Drecksau Ah, das kann funktionieren Latsch Ah, bringt da nichts Dann halt nicht Na dann Resistentes Ding Boa Da 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 Da